da ist die map gleich zu ende jetzt fliegen anhaben wird es halt um einiges einfacher machen haben wir die tour auch geöffnet wem soll das denn nützen gar kein ganz nett aber unnütz was das tränkflasche einfach nur leeren leere tränkflasche brauchen und immer mal ich hoffe das klappt gleich alles nein wieder halt nicht drauf ist hier vielleicht das zweite signalfeuer gleich oben drauf komme ich hier überhaupt drauf ich komme nicht näher ne da auch nicht ich weiß auch nicht ob man da wirklich rauf muss da auf dem berg kann ich mir noch vorstellen dass es da ist wegen es wäre schon ganz cool wenn man hier irgendwie drauf kommt aber ja jetzt sieht das auch ganz anders aus ja hier ich sehe irgendwo ein kommt jetzt auch nicht wieder nochmal hoch ne doch da welche himmelsrichtung hatte das noch da auch irgendwie okay ich glaube ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier Okay, mehr kennen wir uns. Äh, auf jeden Fall, bamm. Jetzt muss ich hier wieder hochkommen. Ich muss hier hoch. Das Spiel ist nämlich, glaube ich, eigentlich ein Bergsteiger-Simulator. Ah, guck mal, da sind nämlich auch noch Truppen. Müssen wir auch noch alle wegmachen. Müsst ihr jetzt euch da unten verstecken? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Also lassen wir nochmal hochkommen. Wir kämpfen einfach von hier. Nur ein Kratzer. Dao, ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Au! Das Signalfeuer habe ich nämlich auch schon angemacht. Ich meine doch, dass ich eins angemacht hatte. Ich muss mindestens an sowas erinnere ich mich noch. Double Speed und vielleicht noch einen kleinen Heal ansetzen. Und eigentlich dachte ich auch, ich hätte schon alle Koblenz erledigt, aber waren ja überall welche versteckt hier. Geht halt aber auch super einfach, die wegzumachen. Weil die halt auch keinen Rüstungswert haben oder so, kommt ja fast unser kompletter Schaden, den wir beim Schießen machen, durch. Aber kümmere dich drum. War das schon alles? Und Kerze. So, die haben wir alle. Die Truhe nochmal öffnen mit... Hier. Er kann das mal erkennen. Wem soll das denn nützen? Kann auch sein, dass man die Koblenz gar nicht wegmachen muss, sondern dass es nur besser ist, weil die sonst noch zusätzlich da wären. Kann es auch haben. Snack' den mal. Und dann noch snacken. Den auch bitte snacken. Da ist noch ne Truhe. Nice. Schön Streithammer. Gift heilen kann man auch gebrauchen. Das müsste jetzt ja hier auch gleich irgendwo das andere Signalfeuer sein. Yes, da bin ich da oben. Ach, das ist das Haus. Äh, ja, okay. Okay. Aber uns fehlt noch ein Signalfeuer. Und es sollte hier ja irgendwo im Westen sein. Hm. Nee, das ist nirgendwo. Da müsste ja schon die Burg kommen. Hinter der Burg ist es auch nicht. Hier ist es auch nirgendwo. Was ist denn das dritte Signalfeuer? Habe ich das übersprungen? Das war da vorhin schon oben drauf. Hm. Und hier ist nirgendwo auch noch mal. Äh, 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 äh. Und wenn ich ein Feuer machen würde, würde ich es hier oben auf dem Berg machen. Ist ja einfach so. Aber hier ist es nicht. Wir sind jetzt ja definitiv im Westen. Hier muss, eigentlich muss es hier sein. Die Truhe hatten wir ja schon geöffnet. Und wo soll denn hier das nächste Signalfeuer sein? Äh. Nord, West und Süden haben wir alle angemacht. Hm. Vielleicht, wenn wir mal auf die Karte gehen. Sollten die alle eingetragen sein. Ähm. Ähm. Bestatt mal. Wo ist die Truhe? Signalfeuer. Aufgabe 9. F. Wo ist ein F? Da ist eins. Hä? Da sind wir da nicht? Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Nur das fehlt noch. Sind wir doch. Hast du. Hast du. Hast du. Hast du. Da ist es. Wuhu. Ähm. Ja. Wir hatten jetzt die Signalfeuer angezündet. Hoffentlich sind die Truppen jetzt da. Ich erwarte. Wo auch immer die jetzt genau sind. Hm. Irgendwie nicht, ne? Oder wo sollen die jetzt sein? Nö. Nicht zu finden. Es kann aber auch sein, dass wir vorher hätten. Die Anleitung lesen müssen oder so. Also hier nicht die Anleitung, sondern. Ja. Die machen bald auf. Äh. Den Brief. Von dem wir noch geschrieben hatten. Wir könnten ja. Haha. Dann kommen wir. Das ist ja wohl. Hä? Das ist ja wohl ein Scherz. Ach. Ist ein Monster in der Nähe? Ah doch. Guck mal doch. Das Dorf wird angegriffen, oder? Oder sind das noch die Wachen? Ne. Die Wachen haben keinen Hass mehr auf mich. Mit dem bin ich cool. Oh. Guck mal. Hier vorne der. Ist ein Speer. Aber. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das sind nur die Bewohner. Die haben Angst vor mir. Hehe. Scheiße. Hä? Ja. So ganz. So wollten wir das eigentlich nicht. Ne? Aber dann könnten wir ja eigentlich auch. Den Zwischenspeicher, den ich ja extra angelegt hatte. Nutzen. Legen wir uns auch nicht mit dem Wachen an. Came. Guck mal. Gaben. Wachen wir das nochmal alles verkaufen? Guck mal. Guck mal. Ja. Dann können wir das nochmal alles verkaufen. Wachen wir das nochmal? Wachen wir das nochmal? Damm. Dann können wir das nochmal verkaufen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Danke, bis dann. Kann ich euch helfen? Wir verkaufen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Speichern. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal schauen, wo wir jetzt nicht hingehen. Wir müssen immer noch die Kriegerquests abgeben, ne? Weil bisher haben wir ja nur, äh, vernächtigt alle untoten Geister im Tal der Hügelgräber. Jetzt müssen wir denen noch sagen, dass wir die alle weggehauen haben. Jetzt müssen wir eh den Weg nochmal neu auswählen. Oh, mich nervt, dass das jetzt alles auf Englisch ist, ne? Denk mal, ich werde das auch nochmal rückgängig machen demnächst. Charisma brauchst du ja eigentlich nicht mehr, weil ich brauchst du die Sachen jetzt. Also du brauchst schon noch Charisma. Aber da da so viel nicht Rüstung drauf ist, würde ich sie jetzt nicht geben. Kann sie das auch verkaufen. Kennt er nicht. Wem soll das denn nützen? Erze, das kann auch alles weg. Komische Karten hier noch. Zack, zack, zack. Ähm, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Machen wir als nächstes. Äh, so. Na. Ich weiß nicht, ne? Gemälde. Wem soll das denn nützen? Komisches Schild. Da. Das könnte man jetzt alles noch verkaufen. Äh, wir könnten natürlich die Pläne mal holen, ne? Die Pläne könnten wir holen. Natürlich nicht so unbedingt Lust zu. Weil wir auch noch mal bei den Elfen, glaube ich, ein Jahr in den Knast müssen, ne? Ah, wir müssen noch ein... Ah, ja, 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 ja. Wir müssen einen Richter ja auswählen. Lass uns das mal zuerst machen. Äh, ich weiß nur gerade... Ich hab nicht mit dem Kopf, wo wir da hin müssen für. Kurz mal bei Aufgaben gucken. Ich hab keine Lust, noch mal noch haben und mir noch mal alles durchzulesen, da, von den Typen. Beförderungsmission, Beförderungsmission, Mensch. Ja, das haben wir. Siegelring, Findis, Darons Bruder haben wir auch. Latenis Licht. Hab mir... Haben wir ja alles. Erinnerst du dich noch an Maivrik von des Magrind, der dir den Zauberstab antreten wollte? Du hast ihn angenommen. Dann musst du jetzt dafür arbeiten. Du erhältst die Mitteilung durch... in ein Man-Guild in Talia und wenn du dort bekommst, du den Auftrag aus dem Schloss... aus dem Schloss Lambeck. Stehen, wenn du... Stehen, wenn du dies... nicht schaffst, den Auftrag in dem Vorgang mit Zeit verledigen, beziehungsweise nicht einfach... einfach nicht befolgst, wird harmonisch von den Anhängern des Malweg angegriffen. Das ist aber der einfachste Weg, wenn gleich während der Zeit der Belagerung alle Häuser harmonisch geschlossen sind. ja gut ja aber was ist denn jetzt die quest für ein richter oder ein desert müssen wir dann hin da müssen wir halt auch noch hin lassen es mal ganz kurz dahin und handel ex meister werden stelle für die insel hier alles voller skelette hast du auch ein skelett hier ist nur sowas gut aber wo muss man jetzt hier hin golems die ganze welt man eigentlich nur angekommen hier haben wir für einen buff bekommen geistesresistenz nicht unwichtig wem soll das denn nützen das nehmen wir alles mal an zack soll mich das jetzt beeindrucken was hast du jetzt verflucht du hast ihn verflucht da müssen wir schnell handeln sonst können wir mich den fluch nicht auf eben entflucht entfernen zack das ist ganz gut war das schon alles nur ein katze tritt mit trifft alles nichts trifft man von hier nicht. Aber da hinten scheint ein Haus zu sein. Ich will da kurz mal hingehen. Ich will eigentlich nur wissen, wo der Meister von Aken ist. Ah, das ist ein Tempel. Das tate gar nicht gut, jetzt ist sie schwach. Wo ist das Gebäude? Hier ist ja gar keine Stadt und nichts. Was ist das für ein Komplex? Wir failed the test. Wir haben doch, weil sie schwach ist, deswegen Schwäche entfernen. Tempel of the moon, of the moon, of the moon, of the moon, you have failed the test. Das verstehe ich nicht. Müssen wir noch höher sein, vielleicht? Und ist das jetzt diese Art Stadt? Kommt, das laden wir noch mal neu. Kämpfe uns da jetzt komplett durch, bis zu den Eingang von der Stadt. Könnten wir nämlich Handelsmeister lernen, ne? Hm, das zuerst machen wollen. Sonst haben wir nur noch den mit dem Fehlenkönig den Eingang zu finden. Äh, Pläne von Fort Riverstride. Das müssen wir auch leider noch machen. Dafür müssen wir auch noch mal einen Jagenknast. Oder wir holen halt erstmal jetzt den. Komm, wir holen. Ähm, der Richter aus der Taverne. Wir wissen, was dann passiert. Geschlossen. Geschlossen. Geschlossen, Alter. Der macht nie auf. Gerade zugemacht. Gerade. Batalia, da wollen wir nicht hin. Ahoi, wie kommt man dort? Da wollen wir halt auch nicht hin. Und noch ne Stunde. Ja, der jetzige Richter ist schon gestorben. Habt ihr die Quest schon bekommen? Das ist doch auch die Quest, ähm, wo ich denn den Weg für Schatten oder Lichteinschlag, ne? Also es ist schon recht entscheidend, welchen Richter man da nimmt, ne? Hallo, ihr wollt reisen? Ähm, ja, wann kommt man denn jetzt? Kommt man überhaupt von hier? Da kann man doch auch zu Fuß hingehen, oder? Ne, zu Fuß kann man da nicht hingehen. Ja, genau. Und ich will Licht gehen. Weg des Lichtes. Da muss ich nach Baka. Da. Aber da konnte man noch hier irgendwie mit hinkommen. Meine ich. Knack nochmal einmal in der Taverne über... zur Überbrückung. Genießt euren Aufenthalt. Ahoi! Willkommen an Bord! Fuß nach Süden sonst. Okay. Ja, aber jetzt hab ich das... Jetzt hab ich das Schiff ja da... Ah, wir sind schon da. Boah, jetzt kommt wieder das Scheiße mit dem Peloport-Ding, ne? Wird mir nie merken, was wohin führt, ne? Nein. Da müssen wir eine Statue noch auflegen. Da kommen wir her. Aber kümmere dich drum. Ah, dann sind wir hier unten. Einfach auf die Monolithen halten. Und dann zeigt mir das den Weg an, oder was wolltest du damit sagen? Ah, okay. Ah. Der hätte ja auch mal selber drauf kommen können. War ich unten nicht nochmal irgendwo einer? Das Gute ist, wir haben hier schon so gut wie alle Gegner weggemacht. Meins auch die Dinger hier damit, oder? Ah, da, jetzt kommt's. Bilden. Schönen wir das da auch? Da steht aber nichts, okay? Kai. Gar nichts. Taverne. Da müssen wir hören. Da ist doch der Richter. Kannst du denken? Ich wähle dich. Wo sind wir jetzt noch bei Pokémon? Haha. I wish the size you won't really believe me. I know you are going to make this decision. And my bags are already packed and ready to go. All you need to do now is get me to my new home. And I will take care of the rest. Okay. Jetzt müssen wir ihn da aber noch hinbringen. Wenn ich das richtig verstanden hab. Ja. Sprich jetzt wieder nach H-Modelle zurück. Dafür müssen wir an den Hafen. Das war der hier. Das war nur ein Kratzer. Aber können wir nicht drum. Der bringt uns doch bestimmt jetzt erstmal nach Eriksa. Ahoi. Willkommen an Bord. Jetzt doch nochmal die Insel machen. Jetzt die Insel. Wir holen uns jetzt. Handels. Äh. Meister. Tsss. ach die sind schon da warum sie alle um körperresistenz nicht das wahre ist halt jetzt echt nicht das wahre die hauptmann habe ich aber auch mittlerweile schon echt gut weg besser als am anfang ich denke mal ich werde auch jetzt nur noch bis ich den meister gefunden haben für handeln machen also stream vielleicht nachher noch mal erst morgen wieder war noch heute ein bisschen was zu tun krieg noch mal von jemanden besuch einer darf man ja zum glück und ich muss noch mal essen ich habe heute noch gar nichts gegessen und es ist halt auch einfach so 17 uhr auch echt gut hunger jetzt aber dass die immer schwächen müssen wir können ja schwäche aufheben machen aber wie gesagt könnt immer gerne ein follow da lassen dann seht ihr wenn ich dann wieder online bin also gesagt eigentlich müsste ich morgen haben denke ich so wieder da sein wenn du da lassen wird es ja auf jeden fall war nicht online kommen mitglied der wasser wasser gelände falschen meister das wollen wir doch das wollen wir doch zack haben wir das doch geschafft gut dann schnell zum schiff zurück und dann lag das ja auch mal muss ja nicht immer ich kann ja auch mal entspannte zwei stunden stream und ja das ist ja auch mal sonst immer echt wenn ich mir um fünf stunden oder sowas gestreamt ja die gänz plus fünf könntest du eigentlich mal bekommen hast du eine geile krone auf was hast du dazu verliebt nur zwei denn lieber die rüstung mitnehmen er muss sich auch jetzt nicht schwächer heilen weil er ja tatalia reist ich hätte keinen bock mich mit auseinander zu setzen dass auch nicht in den notizen noch mal steht wann weil man dahin geschickt wird dass wir noch mal interessant eigentlich warten wir hier ein tag ist das hier günstig sogar echt günstig hier muss man sagen genießt euren aufenthalt haben wir hier mal einen tag und mal schauen wo er uns jetzt hinbringt längst wohin ich verarschen noch zu fuß gehen vielleicht ich glaube den richter bringe ich noch mal zurück und dann dann beende ich glaube ich den stream wenn wir das geschafft haben haben wir doch was ganz gutes geschafft hier können wir hin hier gibt es bestimmt teleport sauber in der gilde des wasser stadtportal habe ich doch gesagt nehmen wir auf jeden fall mit jetzt müssen wir nur noch mal wassermagiemeister werden ein nice horn oder wie man es ausspricht kann man auch über das wasser reisen an zur nächsten stadt es geht nicht schade 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 weil dann ist das ja glaube ich eine komplette insel muss ich hier mit dem schiff weg aber gut wir haben jetzt noch mal den stadtportal den stadtportal zauber geholt ich denke mal das nicht ganz verkehrt das ist ja auch nichts los ist das ist ja wohl ein scherz wenn wir nicht rasten weil die monster sind wir können ja gut von hier oben wegschießen ich denke mal hier ist eine ganz gute position dafür ich glaube ich nur noch der schön 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 und jetzt können wir mal rasten bis morgen und noch eine stunde wieder nach daten ja gut denn kommen dann fahren wir dahin egal hauptsache jetzt erstmal weg hier jetzt bringt er uns bestimmt direkt ja weil von hier kommen wir nicht nach harm und dem meine ich müssen schon da hin wo du remix er denn immer angesetzt wird hallo ja da wollen wir noch hin ja wie er vor uns gepost hat die muckis gezeigt wo müssen wir jetzt circa hin um den richter abzubringen abzugeben ja okay okay erstmal den weg hier folgen hier noch richtig ja wir müssen jetzt wieder hier die königsdisziplin steigung machen wohl vielleicht doch besser trotzdem da haben wir heute ganz gutes tagesstil erfüllt würde ich sagen wie gesagt weiß nicht ob ich heute noch mal ankommen äh sonst denke ich morgen abend wir könnten natürlich gerne ein follow da lassen damit ihr das dann seht wenn ich onkommen wenn ihr euch das weiter mit angucken wollt äh ja aber sonst schaut halt einfach mal nach was passiert jetzt oha vielleicht sollten wir hier die grenze ziehen nein das erscheint mir ganz sicher nicht gerecht wie wäre es hier warte wie ist das meine freunde ein toast auf den frieden auf den frieden kommt zu glauben dass wir uns gegenseitig bekämpft haben obwohl wir doch alle wissen wer der wahre feind ist wer ist der wahre feind kommt пять graves ja ja äh ja 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 aber das ist doch was ganz gutes für nicht mal jetzt sieht unser hintergrund auch ein bisschen anders aus aha und so und schloss so gelähmt aber müssen gelähmt leben und kann ich mich noch nicht teilen lösst geheimnis von fenugel beschafft euch die pläne von über das große teleport ich glaube ich kann auch mal nach lebenshalt dran gucken ja habe ich noch habe ich noch jetzt hier auch wieder gut und alle gut drauf dann speichern wir mal ab und da haben wir heute eigentlich ganz gut was geschafft finde ich